Wenn ihr das am Nachthimmel seht, ist es für uns alle vielleicht schon zu spät. Es geht hierbei darum, dass wenn ihr zum Beispiel draußen seid, nachts und euch den Sternenhimmel anguckt, ihr etwas Seltsames bemerken könnt. Und zwar ein Stern, der normalerweise recht hell gewesen ist, leuchtet auf einmal heller als alle anderen Sterne dort. Und zwar deutlich, deutlich heller. Wahrscheinlich ist nur der Mond selbst, wenn er da ist, noch am hellsten. Wenn ihr das seht, könnten wir alle in riesiger Gefahr schweben, denn dies ist ein Stern namens Beetlejuice, der kurz davor steht zu explodieren, also zu einer Supernova zu werden. Viele Menschen im Internet sind sich sicher, dass wenn wir eben mit ansehen können, wie dieser Stern explodiert und es dann zu so einem hellen Punkt am Himmel kommt, dass diese Supernova auch die Erde zerstören kann oder zumindest unsere gigantische Probleme bereitet und unsere Infrastruktur und alles zerstört. Also, wenn ihr am Himmel so etwas seht, seid am besten vorsichtig, auch wenn ihr nichts ändern könnt. Vielen Dank.